Ich stelle Ihnen schon mal den dritten Mann vor, Kampfbieter, in diesem Kampf ist Roman Amoradis. Ich möchte Ihnen ganz kurz die Kämpfer vorstellen. Halbfelder, A64 Kilogramm stehen sich gegenüber in der Roten Ecke. Kaiba, Konsada trifft auf, Cheve, Morina von RBS Lohberg. Bringt Freirunde ein. Kronische Keidigung Dr. Massen напрangere. Lassen Forwards Kronische Keidigung Kronische Keidigung Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 1,75 Kronz und sportlich verhanden hat, also Kompi hat der Sport angegeben. Auch Teiber wird von Viktor Kinkl getroffen. Rund 2,75 Kronz und sportlich verhanden hat, also Kompi hat der Sport angegeben. Rund 2,75 Kronz und sportlich verhanden hat, also Kompi hat der Sport angegeben. Ziemlich verhanden hat, also Kompi hat der Sport angegeben. Vielen Dank. 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 ... 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